Auf der anderen Seite von Skalton sind viele gelandet. Sind noch welche hier gelandet? Äh, da. In der Seite. Ich habe einen Arx da und keine Angst, ihn einzusetzen. Hier ist eine Flatline. Da kann man keinen Arx da hineinzusetzen. Oh, das ist die Flatline, die hier liegt, ich habe angepinkt habe. Oder hier ist noch eine Iva. Aber warum hat Vincent wieder Damage? Der will damit finischen! Was ist das, Boy? Oh, der steht direkt über mir am Fenster drin. Ich habe den mal gefinisht dafür. Danke für den Fensterhinweis. Nur noch einer? Nice. Nice. Geh mich auf, bitte. Danke. Vieles Dankeschön. Sehr schön, da. Trotzdem aufpassen. Ja. Irgendwo rennt hier noch ein Team rum. Hat er irgendjemand eine Nahkampfwaffe? Also, nicht, also generell Waffe. Ich habe nur noch eine Wingman. Ich kann dir nur meine Iva geben, aber da habe ich kein Amor für. Iva habe ich selber. Ich habe auch nur eine Wingman und eine Iva. Kannst du mal ein Healding stellen, Ben? Achso, ja klar. Sorry. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich jetzt die Dingens bin. Ich habe auch nur 12 Schuss für meine Waffe. Also, äh. Was hast du denn für eine? Peacemaker. Drei Leute mit Shotgun. Ich habe dann kein Reload für meine... Ich könnte leichte Amor abgeben, ein bisschen. Ich habe keine leichte Amor-Waffe. Hier, Schrotzen. Lein. Gib. Gib. Lein. Nee, nicht alles. Das hat alles. Hier. Danke. Jetzt habe ich ein Reload. Hier ist ein Peacemaker. Hm. Probieren wir das. Ob die besser funktioniert. Muss man wieder sehr gut aimen. Muss man generell, glaube ich, mehr Zeit lassen. Äh. Würde ich, glaube ich, nicht aktuell. Äh. Lass mal zusammenbleiben. Wir teilen uns grad schon wieder auf. Ja. Ja, ich komme jetzt hier. Ich wollte jetzt nicht direkt Richtung Gegner. Ob man es da dran macht. Hier ist noch eine blaue Armor. Level 2. Ich kann das. Ich habe hier. Turbocharger. Ich bin der Iva. Ich habe mir jetzt auch die... Devotion. Dinges genommen. Ulti. Ulti. Oh. Ich habe mir auch ein Light Armor für mich grad so auf. Und den Light Armor extend mag sogar. Ich komme. Dann brauche ich nicht das Extended. Okay, mehr Kohle mehr. Hm. Hier machen wir schon. Den Turbocharger würde ich dann schon gerne holen. Dass wir dann zusammen in die Richtung gehen. Ich habe einen Hopp hier. Skullpiercer. Debs. G7 Scout hier. Hm. Äh. Leichtes Mag hatte da vorhin nicht mehr was markiert. Äh. Habe ich schon. Extended Heather Mag hier. Ich habe einen Hopp hier. Skullpiercer. Moment mal. Jetzt habe ich die Reserve Ammo nicht. Ne, dann nicht. Wenn der Ulti Beschleuniger ist für dich dann auch noch. Ja. Ich habe versucht haben ihn zu finishen und dann in alles von uns rein gerannt sind. Und dann schön im Fenster gestanden, sodass ich mit der Shotgun von draußen rein schießen könnte. Äh. Dass wir gemeinsam jetzt zum Ulti Beschleuniger laufen. Ja. Geben wir von oben Deckung. Ich komme. Hier werden 6-fach Scope. Ich habe es nicht mitgenommen die Scout. Hier noch eine Devotion. Ich habe meinen Drop ready. Oh lol. Turbulator für die Devotion. Ja. Haben wir schon 2 oder 3 gefunden. Also wenn jemand die Devotion nehmen will. Oh ne. Ich meine Waffe. Wollen wir nur Thunderdome looten? Oder waren da welche? Ich habe schon den Aufsatz. Nice. Genau das was ich gesucht habe. Die sind nach rechts gelaufen. Ich bin im Haus unter euch. Hier liegt eine Ulti. Ja. Ich kann gerade nicht zu euch move'n. Ich bin mitten in der Ulti. Ich bin da drüben. Da weiter gelaufen. Ich bin da glaube ich nicht direkt rein move'n. Ich sehe es nicht. Das ist unsere Old oder? Ja. Alter der Debuff. Hinter meinem Marker gewesen. Ja. Ich bin halt nur super slow. Das fuck durch die Explosion. Holy moly. Der geht auch nicht weg. Die bei mir. Knocked. Findest du sie? Oder nicht? Ja. Da waren zwei ne? Mhm. Ja. Hier war gerade noch jemand. Ich habe hier Spuren. Sind die durchgelaufen einfach? Ja die sind nach unten weg gelaufen. Ich gehe mal kurz an den Looten. Oder warte. Ich warte auf dich bis zu fliegen. Ja nein. Geh du looten. Es kommen Granaten glaube ich geflogen oder? Hier ist noch ein Dreifach Scope. Ich habe keine Option. Es wird einfach Scope. Ich würde in Zone laufen tatsächlich. Ja. Langsam. Da bin ich sogar mit meiner Wingman mal ein bisschen gehedet hier. Ja. Oh nicht auf dem Kopf. War dauernd bevor ich schießen konnte. Ich mache hier P.U. Heilung. Das ist das neue Supply Ship übrigens. Können wir da drauf in den Ballon locken? Ja klar. Ja. Ja. Ich meine der hoch kommt ja mega nice. Hoch auf den Ballon. Go 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 go. Ich bin mir nicht sicher ob wir hoch genug sind dafür tatsächlich. Ich auch nicht aber wir probierens. Ne. Man kommt nicht hoch genug. Schade. Aber der droppt da drüben den nehme ich dafür. Äh war kein Hostile. War kein Hostile. Boah. Haben wir uns denn auf dem F.U. Verschafft. Oh. Spitfire. Und jetzt habe ich keine Muni dafür. Scheiß. Hat einer von euch Heavy Ammo? Jupp. Ich habe 80 Schüsse weggeschmissen. Danke. Okay. Hier ist noch ein Epic Helm ist hier noch. Komm mal. Ähm das Ding landet glaube ich hier oder? Ja das landet hier sogar direkt wieder. Wir hätten gar nicht hochgekommen müssen. Wir hätten bloß auf die Siplines warten müssen. Wir könnten jetzt aber theoretisch sehen schon drauf. Im Ballon wären. Ja. Sonst müssen wir auf die Siplines warten. Bis die gleich unten sind. Im Ballon bin ich jetzt nicht. Weiß auch nicht wo die Siplines toten. Die müssen doch mal in den Eingängen runter gehen ne. Also eine muss eigentlich hier landen irgendwo. Ja. Bei uns. Wo kommen sie denn? Jetzt. Jetzt. Oh lol. Da drüben. Ähm. Hinterher oder? Oh fuck. Bin ich hinterher? Hohohohoho. Oh. Ich bin hier runter gefallen. Das ist schlecht. Die Sipline sind ja mal mega behindert. Ah. Fuck my life. Sorry. Das ist mein Fehler. Ich habe keine AP. Ich muss mich heilen. Ich bin mit dem Phoenix. Schnell. Bin runter. Habe einen eliminiert. Komm wieder hoch. Zwei genockt. Hier ist aber noch jemand irgendwo. Ein Squad muss ja noch sein. Papier Steps. Fuck. Der ist hier bei mir. Hier bei mir unten. Bei mir unten. Fühl mich finishen. Fuck. Ist richtig low. Ist richtig low. Ja wenn ich treffen würde. Fucken gewossen. Jetzt habe ich es. Puh. Da habe ich ein bisschen. Potatoes. Ja ich auch. Ich auch. Ich habe die Reiferschuss vorbeigesetzt. Mein erster Hit war echt gut. Und dann die Restlinge habe ich nicht daneben geschossen. Halt die Scheiße in der Hand. Hier habt ihr die Drohne. Ja halt. Hätten wir das nicht geschafft. So wäre es auf jeden Fall meine Schuld gewesen. Ja ich bin runtergefallen. Hallo. Also da würde ich sagen ja mal. Also oben habe ich echt. Einen habe ich genug da bin ich wieder runter. Aber ich habe halt da in dem letzten fighter jetzt gerade so hart daneben geschossen. Ich habe nur einen Shotgun-Hit gezählt. Der war zwar ein 60er aber trotzdem. Aber gut gemacht. Vor allem ich gehe runter ihr geht hoch. Ich habe die Reiche Amo getroppt. Freunde. Oh keiner von euch Schildzellen. Ich habe 18 Stück. Ich bin dann nur große tatsächlich. Na heavy ammo brauche ich auch. Hier ist noch ein Ulti-Beschleuniger. Nehme ich mir gleich. Hier ist ein Light Amo. Blau. Leichtes Magazin. Ich habe hier noch 66 Heavy. Amo. Wenn ich noch einen Heavy Mag finden würde wäre es echt super geil. Und noch Schrotzen hier Amo tatsächlich. Ich habe nur. Ich habe nur. Ich habe 100 Schrotzen hier Amo. Wir wollen eigentlich das ganze Ding hier looten ne. Sollten wir vielleicht auch noch tun. Hier ist nämlich Heavy Amo. Mit Longbow guck mal. Willst du die haben? Hm. Ich spiele gerade Peacekeeper R301. Ich habe jetzt keine super Reichweite aber. Ja. Was reicht. Er braucht einer von euch Shotgun Amo? Nicht mehr. Ich habe eigentlich auch genug. Ich habe nur Heavy Amo. Und ein Heavy Mag. Und ein bisschen Heal. Ah. Heal kann ich dir glaube ich geben. Auch die Leiter haben wir noch. Finde ich. Hm. Sonst müssen wir hier durch sein. Wollen wir hier oben drauf sein? Ich sehe denn nirgendwo ein verdammtes Sniper. Sniper Scope? Ja. Sniper Scope? Sniper Scope habe ich noch eins mitgenommen die ganze Zeit. Sniper Scope. I need a Baron. I need an extended light mag. Der Old Beschleuniger ist auch noch hier drin ne. Achso. Ja. Dann wollte ich mir noch. Du brauchst ein leichtes Amo Ding? Magazin? Ja. War hier doch glaube ich irgendwo. Hey hier. Oh. Nehme ich mir direkt mit. Was ist das? Da ist es. Kannst du noch mal eine Drohne setzen? Was? Ich habe ein Schnellheilungspaket. Heilsachen dauern nur halb so lange? Ja. Komm her. Hier ist die Drohne. Das ist ziemlich sicher. Ich wollte sie immer testen. Aber ich habe meine Old noch. Ich schmeiße sie irgendwo hin. Ich habe gerade gemacht. Hier ist sogar noch ein Klaus leichtes merkt sich gerade. Wir haben schon richtig fett Kills gemacht. Sogar ich habe diesmal zwei Kills. Ich habe sechs. Ich habe sechs Kills mit bepackt. Wo sehe ich meine Kills? Ich habe nur rechts oben. Wenn da welche sind sie das rechts oben. Entweder habe ich sie bekommen oder du. Geier. Nooo? uralu. Noch ein Sniper. But Loot Geier ist am Start. vor allem jetzt 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 bräuchte ich für die longbow den style piercer den habe ich doch vorhin dreimal gepinkt in der town hatte ich die longbow ja noch nicht ach so dass wir dahin gehen in die richtung ich kann eigentlich auch wenn das weird finden mache ich den zoom halt weg easy ups das war mein fehler oh ich werde aber direkt geschossen sogar da wo ich hingeschossen habe kann ich aber schlecht hinschießen tatsächlich meine sicht ist begrenzt auf ihn hat richtig dicker akse hit gekriegt da ist er genockt ich mach ult an gefinisht nur gefinisht oh gott hier ist überall gas ich habe gar keinen bock drauf ich habe gar keinen bock drauf alter das gas oh same sehr schön wir können halt hier gleich wieder besuch kriegen ne und da kommt ein drop beim market im market ist eben in sicherheit jemand drin da ist jetzt noch heavy ammo drin und ein einsatzscope das ist die richtig gute hatte einer von den heavy zufällig ja nichts gesehen ne leichtes merker fach das ist schön hier werden ja erneut er 301 ne ne ich habe spitfire ja doch sorry spitfire beste waffe ja ich habe auch eine das ist ja erst vorher alle wie kann man spitfire spielen ich habe nie gesagt wie kann man spitfire spielen ich fand die immer nur so komisch aber das ist eine noobwaffe das ist halt ne einfach zu benutzende waffe durch das große magazin ja auf jeden fall am market ist ein drop hinter market und im market sitzt mit sicher noch jemand aktuell au gebt ihr seitlich deckung same aber wir müssten wahrscheinlich eher reinmoven wenn du kannst wieder zurückkommst hier rüber was hat die für ein damage raus ist denn wach überholten glaube ich nein es nicht das ist eine r301 einfach okay boah hat die mir gedrückt die zweite nach hinten links gelaufen die hat einen 55er hits äh 255er hits kassiert von mir mir auch ein 301 die wird sich heilen du hättest jetzt rüber kommen können wenn sie zum zurückziehen und jetzt kurz ja eben sie haben ja gesagt komm einfach zu uns wieder ja weg keine unnötigen fights eingehen ja der drop ist obendrauf tatsächlich sogar wollen wir ihn noch holen holen wir uns oh der ist noch gar nicht obendrauf der ist dahinter schweine rye schweine rye hier ist sogar noch ein loot bot drin hier wäre eine longbow mit voller ausstattung wenn die jemand will hm weiß ich nicht will ich will ich hast du die heavy ammo kannst du die droppen wenn du die da nicht mehr brauchst ja äh ich brauche es noch aber ich kann jetzt was abgeben 3er helm hat den bot gefunden ich habe gerade einen ticken angst dass die von uns von hinten holt ich habe uns das hier hingelegt hier war gerade jemand ich habe fußabdrücke zusammenbleiben leute ja ich glaube die ist an uns vorbei gepusht du meinst die ist da drin da ist sie ja sag ich ja oh da hat die Q gedrückt ab sie lol die war solo ja ah ich wusste doch dass sie kommen mad kids shield sets silent schuss ja damit der sniper komplett daneben geholzt ja die craver ist halt ein schuss ne und dann ist es vorbei ja äh ich will eigentlich das jetzt nicht machen hat die longbow davon noch liegen gehabt ne die habe ich warum können wir jetzt auch eine longbow aber die ist auch jetzt voll equipped also easy hat mich glaube ich noch nicht gesehen hat ein hit heilt euch mal bitte gebt euch Schilde Moment mal haben die hier gerade geschossen im Nahkampf ich habe gerade mit der Raver geschossen ich habe gerade mit der Raver geschossen aufpassen alle hochziehen müssen da hin ne hier hier ist direkt nicht los der macht hier Gas übelste sortte Gas holy shit man alter aua 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 ja wir müssen aus dem deck und raus durch sein fucking Gas weil der nah rankommt der ist da drin ich bin genockt ich versuche zu euch zu kriegen ich versuche zu euch zu kriegen vorhin vorhin ah shit ich bin auch down oh nice ja gut gemacht alter kaum spielen wir taktisch ordentlich zusammen läuft das ein schönes großes mag das ist es alter gute runde dies war tatsächlich von uns allen so von mir aus du bist der Apex Champion okay die Raver nehme ich nicht mehr mit der Treff ich überhaupt gar nichts ja ich treffe der halt auch nicht deswegen der Bullet Speed daran muss man sich gewöhnen das ist viel schneller als der 6 von den anderen 6 von 2 Kills aber natürlich habe ich 300 damage weniger gemacht ja und was Support ja ah ich hab aus der Seite echt gut getroffen meine Ultime war gerade so MVP in dem letzten Fight ist mir konnte ich ihn durch sein Gas durch ja er hat sich in seinem Gas so sicher gefühlt und auf einmal redet er direkt in mich rein und ihm das ganze Magazin reingedrückt ja ich hätte das ich hätte das Gas da hätte ich meine Shotgun noch gebrauchen können gerade am Ende ja aber lief ja trotzdem gut die hätte er aufgetauscht